Hallo, ich bin Denise Krautz und möchte euch in den nächsten paar Minuten im Auftrag der Wirtschaftskammer Niederösterreich sparte Transport und Verkehr spannende Jobs vorstellen. Also aufgepasst, damit nicht vielleicht gerade du deinen Traumjob versäumst. Und los geht's! Da fährt die Eisenbahn drüber. Die Schienenbahnen in Niederösterreich bieten nämlich eine Reihe von attraktiven Ausbildungsplätzen und Chancen für eine sichere Zukunft. Und hier sind die konkreten Jobs für dich. Oder wie wäre es mit einem Job bei einem Autobusunternehmen? In dieser Branche geht es um den sicheren Transport von Personen. Und das Tag für Tag. Hast du gerne Kontakt mit Menschen? Scheust du dich nicht vor Verantwortung? Bist du gerne unterwegs? Dann findest du hier sicher das Richtige. Fliegen ist einer der ältesten Träume der Menschheit. Auch heute noch ist Fliegen in jeder Form unglaublich aufregend und beliebt. Und die Jobs sind es auch. Allein in Niederösterreich beschäftigt die Luftfahrt 10.000 Menschen. Beispiele gefällig? Berufe in der Schifffahrt klingen nach Meer und Abenteuer. Aber selbst in einem Binnenland wie Österreich gibt es mehr Kapitäne und Matrosen als du glaubst. Und gute Jobchancen. Hoch hinaus geht's mit dir, wenn dich Seilbahnen interessieren. Sie spielen in einem Tourismusland wie Österreich eine wichtige Rolle. Allein in Niederösterreich gibt es mehr Seilbahnen und Schleppliftbetriebe als man denkt. In ganz Österreich sind je nach Saison rund 14.000 Menschen bei den Seilbahnunternehmen beschäftigt. Suchst du täglich neue Herausforderungen? Jedes Jahr werden viele Milliarden Tonnen Güter transportiert. Im In- und Ausland. Mit Lkw, Eisenbahnen, Schiffen und Flugzeugen. Als Speditionsmitarbeiter bist du verantwortlich, dass das Zusammenspiel reibungslos klappt. Die Job- und Karrieremöglichkeiten sind grenzenlos. Und? Schon was gefunden? Noch nicht? Schauen wir weiter. Taxi-Zentrale, guten Tag! Niemand ist besser und flexibler auf die verschiedenen Beförderungsbedürfnisse seiner Passagiere eingestellt als Taxilenker. Tag und Nacht, Samstag, Sonn- und Feiertage. Das sind Jobs, die professionellen Einsatz und Flexibilität erfordern. Der Motor brummt, die Räder rollen. Lkw-Fahrer, die garantieren unseren hohen Lebensstandard. Die Friends on the Road transportieren täglich zig Tonnen quer durch Europa. Zuverlässigkeit und Freude am Kontakt mit den Kunden sind wesentliche Voraussetzungen für einen Job in der Güterbeförderung. Es gibt eine Schule, vor der sich fast niemand drückt. Die Fahrschule. Das macht den Beruf des Fahrlehrers krisensicher, wenn man von gelegentlichen Krisen beim Einparken oder Bergaufanfahren absieht. Egal ob Praxis oder Theorie, Lehrer in Fahrschulen haben meist Kontakt mit sehr jungen Menschen, die erwarten, dass man sie an ein Ziel bringt. Die bestandene Führerscheinprüfung. Wäre das was für dich? Millionen Menschen sind täglich in ihren Fahrzeugen auf den Straßen unterwegs. Sie fahren aus unterschiedlichsten Gründen auf vielfältigen Routen zu Millionen von Zielen. Aber zu einem Ort kommen sie mit Sicherheit immer wieder. Zur Tankstelle. Hier finden sie, was sie suchen und vielleicht findest auch du den richtigen Job hier. So, das war's. Ist es dir zu schnell gegangen? Falls du zu dem einen oder anderen Job noch Fragen hast, informier dich auf wko.at www.noe-verkehr-berufsinfo